Fühl die Part, du sagst. Dass man in den Casinos entrennen kann, macht mich noch fertig. Weil das ist einfach der langweiligste Weg immer, durch die Casino-Tür bis zu dem Missionspunkt. Home in the Hills, so, ja genau. Ja, 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 ja. Hast du schon früher skrumpft? Nein, du? Nein. Ja, 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 jetzt sind alle unbesiegbar. Das merkt man gleich da unten, wie unbesiegbar ihr seid. So unfassbar unbesiegbar muss man das mal sein. Weiß ich mal das zu erzählen? Irgendwie. Vom Tag. Erzähl doch mal von eurem Tag. Hm. Hm. Krass, krass. Hätte ich jetzt gar nicht von dir gedacht. Hm, hm. Und, hast du dann gemacht? Oh, fett. Fett. Gut. Gut. Ausreichend dummes Gelapp. Jetzt schießt doch, wenn er lauft. Meine Herren. Wir nehmen die große Flinte. Das wird sonst nicht her. Brauchen wir nämlich Maschinengewehre und Stinger-Raketen. So, M4-Skill verbessert. Gleich eine ganz andere Geschichte. Ich bin nur noch ich da. Ah, das gibt's ja nicht. Heißt, es ist leider, du hast die Triaden nicht geschützt. Ich bring die Triaden in die Villa. Okay, mit der Knarre kann ich rennen. Die finde ich besser. Damit man da mitrennen kann. Aber hier brauchen wir noch ein paar Schuss eigentlich. Hm. Dann skillen wir die eben so lange, bis es vorbei ist. Und dann... Es ist auch vorbei. Okay, ihr Triaden. Fritzen. Auf in die Villa. Vorn, oder was? Tatsächlich. Mad Dogs Buddha. Okay, wäre er dann auch wieder Munition. Ja, macht mal halb lang. Halb lang. Ich sehe euch nicht. Also, ich sehe euch schon. Aber ich sehe die anderen nicht. Verstehst du? Ach, ich raste aus. Ich raste aus. Mann, werde ich doch. Genau. So langsam kommst du... So langsam kommen sie doch hinter sich zu wärmen, ne? Naja. Ach, komm, ey. Mach den kaputt, ja. Da habe ich wenigstens meine Ruhe. Da habe ich wenigstens meine Ruhe. Nichts besseres zu tun, als da vorne zu spornen und zu spornen. So. Oh, ist ja auch so nervig, ey. Weiß ich. Naja, auch da ist gar keiner diesmal. Ist ja unfassbar speziell. So. Ach ja. Jetzt kommt da hinten wieder einer. Meine Herren, hier ist was los. So. Haben wir es dann? Ah, da kommt der nächste. Der aber auf die Fresse will. So. Ach, du Scheiße. Scheiße. Von allen Seiten, ey. Ich muss mich kurz zurückziehen, hier. So. Zieh jemanden Getränkautomatis sind essentiell. In so einem Spiel. Macht, was er wollte. Ah, da leben. Ah, die hebe ich mal auf. Schnauze. Du hast das falsche Haus zu verhäten, Mann. Wir sind schwer in Unterzahl. Big Popper will abhauen und hinterher. Warte, ich will noch schnell das. Das Herz. Wie will denn der abhauen? Wie, was begreife ich nicht. Wo geht's denn raus? Das ist die nächste Frage. Äh. Achter aus. Okay. Da werden jetzt wohl noch einige reingesprungen kommen und so weiter. Du wirst nicht wissen, wer du schweißen bist, hast du? Lebt noch einer von den Gegnern? Das war ein Headshot, Alter. So, dein Ausgang ist genau schreck gegenüber. Das war ein Headshot. Hier ist was los, ey. Da sind zwei Typen, mit denen hast du überhaupt keine Probleme. Oder einen Haufen. Da sind da zwei Typen, ey. Du kriegst einfach nicht tot. Das ist zum Kotzen. Jedenfalls haben wir 1000 Schuss. Sollte ja aber erreichen. So, dann nimmt er eine Karre, und wir nehmen seine andere Karre, und dann geht's los. Das ist auch immer das für eine Karre, das sieht ziemlich komisch aus. Yay, rosa. Drängen ihn von der Straße. Baa. Lass mir einen Rottgestand reinstellen, hier geht ja gar nichts los. Ist das eine Karre, ey. Tja, das Grip wie ein Eisdorfer aus dem Stück warme Metall, ey. Alter Schwede, hier ist was los. Das geht ja nur quer an der Kurve. Scheiße, Winzer. Ja, so siehst du nämlich aus, wenn du nicht mit mir anlegst. War ein Benji hier, oder was? Nee. Okay, so eine Scheiße. Scheiße, da. Ja, direkt hinter den Bullen hat er sich wieder platziert. Lobli platziert. Okay, wir müssen die andere Straßenseite nehmen. Mit der Hoffnung, hier fährt niemand hoch. Okay, das verrottet, können wir verschmerzen. Rüber. So. Kann natürlich nicht nach vorn rausschießen, das ist ein Bullet. Ach, keine Ahnung. So, schnell noch die Ausfahrt genommen. Selbst ist doch schon wesentlich besser als am Anfang. Wesentlich besser als am Anfang. Jetzt sagen wir nicht, der darf nicht sterben. Der darf nicht sterben. Sehr gut. Fast Mad Dogs will er zurückerobert. Okay. Respekt. Dafür kann ich mir auch nicht kaufen. Hey, Ken, wie geht's dir? Wer ist das? Es ist Karl. Karl Johnson. Hey, Karl. Great. Guys, es ist Karl. Great. Fucking great. Fucking amazing. I got a need for a accountant and a sound engineer and I thought of you and Paul. Fucking amazing. Paul's great with figures and I'd make a fucking amazing producer. This is... This is... This is fucking great. It's amazing. Yeah, yeah. Whatever you say, man. But look, see you soon. Fucking amazing. Halteter Schwede. CJ. Unsere... Ist das die erste Mission für uns selbst? Ne, ne? Das habe ich schon mal gesagt. Das habe ich doch irgendwann schon mal gesagt, die Worte. So, na dann erstmal wieder hoch nach Las Venturas. Da haben wir nämlich noch eine Bank auszurauben. Ne, ein Casino auszurauben. Irrsens-Stunt. Ich habe immer Irrs-Stunt gelesen. Keine Ahnung warum. Ist ja auf jeden Fall ein Irrsens-Stunt. Ich weiß nicht, was ein Irrs sein soll. Ist doch was im Auge. Was man sich so ausdenkt. Scheiß Winzer. Gibt es nicht. Den hältst du nicht in der Kurve. Handbremse kannst du hier direkt knicken. Da bricht der schon von alleine aus. Hier. Aber übelst. Hältst du nicht in der Spur. Aber egal. Augen nach vorn. Jetzt gleich ist er kaputt. Gibt es denn jetzt eh um eine Straße rüber irgendwie. Ne. Krasser Scheiß. Man hat nur die Autobahn. Ja. Ja. Ja, es brennt. Nein, es brennt noch nicht. Okay. Wo müssen wir hin? Da drüben irgendwo hin. Ah, was macht ihr denn hier? Ja, jetzt habt ihr es geschafft. So lange habt ihr gemacht. Schnell weg. Jetzt brennt der Truck. Und jetzt brennt das Auto dahinter. Und dann hat es bum 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 bum. Was macht ihr denn hier? Seid ihr... Der hat es geschafft. Aber der nicht. Und der auch nicht. Na, nehm halt hier. Die Karre hier. Einfach ungebremst reingekracht, ey. Ohne sich Gedanken zu machen. Ach, komm. Drüber mit dir. Dann nehmen wir halt wieder einen Fußbus. Der ist zuverlässig. 1039 Schuss. So muss das eigentlich aussehen die ganze Zeit. So, speichern.